Vielleicht wird's diesmal besser? Nein! Sack, leck mich am Arsch! Ich brech! So, jetzt können wir hier aufbauen! Und zwar baut ihr erstmal... ...da unten noch Artillerie hin. Eine schöne Dreierreihe. Äh, wo ist überhaupt mein... ...hat ich nicht einen von euch da runtergeschickt? Fazit ist nicht so weit gekommen. Soll ich doch wenig auf Räder setzen sollen? Ach, Blödsinn. So, jetzt schießt mal auf irgendwas Schönes, Jungs. Irgendwas Schönes für Papa, komm. Konstruktion abgeschlossen. Oh ja, dann machen sie wieder gleich kaputt, aber... Oh Gott. Ja, ich glaub, ich brauch noch ein paar... ...LKWs. Ja, ich hab LKWs gesagt, da guckt er. Konstruktion abgeschlossen. Egal, wir bauen noch mehr davon, denn ich werd noch einige brauchen, hab ich das Gefühl irgendwie. Konstruktion abgeschlossen. Und Artillerie platt, Artillerie platt. Halbe Basis wahrscheinlich gleich mitgenommen. Die Artillerie ist auch weg. Hier steht noch eine. Könnt ihr auf die schießen, oder wie sieht das aus? Gebäude wird angegriffen. Woher schießen die Arschgesichter? Und warum schießt ihr nicht zurück? Wart mal da rauf. Okay, wir speichern auf Mission 9. Und fahren einfach mal los. Schauen wir, wie weit wir kommen. Schwelle tot. Atomraketen-Artillerie. So. Hm, vielleicht hat die Artillerie auch einfach nur die Reichweite, ne? Das wär natürlich schlecht. Dann muss ich was anderes bauen. Wart mal, was hat die höchste Reichweite? Angel-Raketen, glaube ich, ne? Äh, Waffen wollen wir haben. So, die hat den 11.000. Äh, weißt du, boah, ist ja schlecht. Noch schlechter, du, noch viel schlechter. 11.000, 12.000, die Artillerie... ...hat ja bloß 10.000, ne? Mhm, mhm, mhm. Dann bauen wir diese Angel-Raketen-Stellungen. Oh Gott, sie stehen alle in dem Pass. Ich bin so schlau. Sieh doch noch mal zurück! Scheiße, bin ich blöd. Sag mal, hattest du nicht irgendwie ne Mission oder so? Gott, die schießen aber noch mal an Larry, und mal an Larry kann jetzt schon rückschießen, diese... ...Arschlöcher. So blöden, blöden Arschlöcher. Okay, wir laden ganz viele LKWs ein. Zehn Stück, los! Gehts. Es hat wahrscheinlich schon wieder ewig die Einheiten verloren. Nein, nur eine. Gut. Äh, ja. Egal. Nummer 3, melde! Und... ...die wollen sie nicht kaputt schießen? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Was sind das... Ah, jetzt. Dachte ich mir, dass sie noch kaputt schießen. Und was haben wir denn da schönes? Ne Atomkraftwerk, ne Fabrik. Ne Fabrik. Okay. Auch schön. Und du schießt zurück. Auf was schießt du denn? Ah, du schießt bestimmt da runter. Ja. Joa. Mann hat mich viel Luft erwehr. Da kommt aber wohl mit Luft einhalten nicht sehr weit. Oh, verpisst euch doch mal. Ihr geht mir auf die Nerven. So. Lasterkolonne ist einsatzbereit und... guck mal mal die Angel-Raketen hin. Kein Feindangriff. Ausgezeichnet. Äh... Was für ein Ding? Da hat sich eben so komisches Piep-Geräusch gemacht. Als wenn irgendwas nicht gehen würde. Egal. So, wir haben eine Einheit verloren, ne. Doch die holen wir jetzt noch nach. So viel Zeit muss sein. Konstruktion abgeschlossen. Nummer eins. Meldet. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott. Mir ist einfach sofort wieder alles zerhacken, was ich aufbaut. Das ist doch nicht schön. Pfff. Die Allerie machen sie doch nicht kaputt, nur. Die doch weiterschießen, oder was? Gott. Was mach ich da jetzt? Ich verkrieg mit LKWs. Ich verkrieg mit LKWs. Aber was ihr könnt, könnt ich schon lange. Und ich hab mehr LKWs als ihr. Marschgesichte, Elendige. Marschgesichte, Elendige. So. Wenn ihr jetzt euch mit meiner Artillerie vergnügt, vergnüge ich euch mit einer Basis. Abgeschlossen. Hallo. Schießt mal zurück, Jungs. Boah. Muss man euch denn alles extra befehlen? Geil. Ob macht sie Platz da? Wir haben wieder zwei Kilometer Reichweite und ich seh's einfach nicht. Du musst dieselben Waffen haben wie ich. So. Hopp. Oben rauf wird jetzt gefahren. Rauf da jetzt. Konstruktion abgeschlossen. Alles umgestellt richtig? Alles ist richtig umgestellt. Hopp. Bewegt euch mal. Ich fährt nur wieder die Hälfte rum. Konstruktion abgeschlossen. Komm, Blaste weg. Komm, die haben doch nur lächerlich Waffen. Komm. Ja, da. Den Sensorturm. Mach den Sensorturm platt. Naja. Ach, scheiße Idee. Na komm, mach doch die Türme platt. Dann wird eine verrustreiche Schlacht. Da, mach das Ding mal platt. Wie die Sensortürme wegen weniger haben. Äh, Sensortürme wegen weniger haben. Ja, geil. Da haben wir alle Riemen weniger Zielerfassung technisch hat. Hier da, ne? Du verstehen? Nein, gut. Ich auch nicht. Artillerie irgendwo da hinten. Gott, mein Commander stehen wieder ganz vorne natürlich. Wo auch sonst. Sollten der Großteil meiner Einheiten komplett mal durch. Egal. Wir bauen weiter einfach Angel. Ist ja wahrscheinlich sau schwach die Dinger, ne? Egal. Damit können wir wenigstens zurückschießen. Deswegen bauen wir mehr davon. Yeah. Bau mehr. Mehr. Immer mehr. Ja. Oh Gott. Was? Wieso könnt ihr auf einmal so weit schießen? Ihr Ver... 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 Fantastisch. Und er hat die Fabrik gekillt. Ich glaub's nicht. Nein, er steht aber nicht mehr. Wo schießt ihr denn hin? Schießt auf die Artillerie, Arschgesichter. Artillerie. Äh, Scheiße. Schick noch ein paar LKWs hier mit. Komm. Gott, ich muss mehr Panzer bauen. Gott, ich baue ihm noch LKWs. Oh Gott! Will ich mit denen angreifen oder so? Ja, blass da mal alles weg hier. Ob der Bund ein Atefakt ist? Okay, wer geht freiwillig nachschauen? Du, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich gerade eben freiwillig gemeldet. Ist es nicht toll, sich freiwillig zu melden? Kommst du da wieder raus? Nein. Wieso wundert mich das nun mal überhaupt nicht? Na ja, dann baust du halt noch... Und du baust hier hüben mal noch... Einen Sensor... Einen Sensor... Turm? Und einen Sevee-Turm, Sevee. Sevee. So. Konstruktion abgeschlossen. Du gehörst sofort auch nicht mehr zu drei. Wo ist zwei? Oh, ein Atefakt! Gib mir das Atefakt! Ein paar! Hier haben wir auch ne Präzision. Welche sind von wem? Schwerer Rumpf, wenn Gage... Klingt gut. Schwerer Rumpf, jetzt noch. Klingt gut. Na, ich werde garantiert nicht alle Einheiten recyckeln. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott! Oh nein! Sind die andere nicht zugewiesene Einheit? Hier, hier, so da, hier, da, los! Bist du zugewiesen? Nein, warum bist du nicht zugewiesen? Ich hab den falschen Kommando ausgehört, 6. Schhhhh! Schhhhh! Ich darf echt keinen Millimeter daneben klicken, ne? Sonst ist... Essig mitzuweisen. Bist alle zugewiesen? Was soll denn des? Ihr bleibt ja natürlich stehen ja genau. Warum nicht? Habts schon recht. Mitten im Feindfeuer. Warum nicht? Wo auch sonst? Ne, ich mein, pff. Ist jetzt nicht irgendwie so, als wäre der Feind uns... Boah, was ist jetzt los? Was zur Hölle war das? Okay. Ich speichere und starte kurz die Aufnahme neu. Boah, keine Ahnung, was das war, aber das war der übelste Slowdown hoch 10. Versuchen die da ständig in meiner Basis zu landen oder so? Konstruktion abgeschlossen. Irgendwie schon, ne? Pff, Idioten. Kann ich da oben noch was hinbauen? Nein, schade. Hopp, fahren wir wegen hier, so da, keine Ahnung, da hin. So, seid ihr wieder... Boah, ihr seid ja immer noch nicht alle repariert. Mann, egal, ich greif an. Ja, und die Kommande sind wieder ganz vorne mit dabei, genau. So habe ich mir das immer vorgestellt, der perfekte Angriff. Oh Gott, ich komme ja nicht mal da rauf. Die Wegfindung ist grausam. Die sollte wirklich langsamer ersetzt werden. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ich habe die Einhaltengrenze erreicht. Aha. Wie geil, ich sehe es ja noch nicht mal richtig. Na, komm. Lass uns alle mal weg hier da, total technisch, ne? Ob jetzt das da noch? Komm schon. Muss doch gehen. Na, also. War das so schwer? Nein, gut. Dann machen wir das jetzt nochmal. Guck mal. Gott. Gott, fahr zu. Ich bewegst, dass ich diesen scheiß CV-Turm da unten kaputt machen. Der stört mich. Oh, die Flaggen, der mal gleich noch mitkommt. Sind wir mal jetzt jetzt zu geizig, ne? Jetzt machen wir alles platt hier, da, technisch, ne? Da, ja, ne? Boah, jetzt macht's halt kaputt. Oh, scheiße. Aber die Laser haben ganz schön rein, möchte ich sagen. Oh, oh. Na, komm. Schießt halt. Boah, ihr könnt da wieder mal nicht außen rumfahren. Nein, wie auch. Jetzt fahr da weg! Fahr weg! Ach, fick dich doch einfach nur. Fick dich. Das wird doch so nix. Ach, komm. Wie soll ich denn das machen, wenn sie da überhaupt... Braucht ihr zwei Stunden, bis ich die Mission geschafft habe? Entbündelt euch! Hallo! So, wozu befehle ich euch überhaupt da wegzufahren, wenn ihr es doch eh nicht macht? Ach, fickt euch ins Knie, ihr Arschgesichter. Ob repariertes Ding. Oh, Mann. Oh, Mann. So, neue Artillerie. So, wie krieg ich... Sag mal, warum... Warum fahrt ihr nicht zur Reparatur? Hallo? Seid ihr irgendwie dumm? Sie bündeln sich da nahe anstatt, dass sie irgendwie zur Reparatur oder so mal fahren. Nein! Da wird ne... Boah, ich kann jetzt schon wieder kotzen. Fuck, Rücken. Komm, bewegt euch mal! Boah, was muss man denn machen, damit ihr... Boah, ist das immer noch kaputt! Jetzt habt ihr doch vorhin schon beschossen. Ist das Ding in Stücke, Mann? Hopp, jetzt fahrt mal alle daher. Und sag mal, warum geht ihr nicht reparieren? Was ist denn mit euch los? Hallo? Hopp, fahrt.